Ihr habt immer die selbe Scheiße, die leere AG. Ja, guck mal, du hast ja mehr fest. Nee, was macht voll ab, Alter. Ey, langsam, ey. Bleib mal ruhig. Bleib mal ruhig. Guck mal bitte, guck mal. Was steht da? Ey, Jungs, hört mal ganz kurz zu, ja? Wisst ihr, was das ist? Ihr habt das grad heikisch gemacht, ja? Ja, ein Stein ist es. Das ist kein normaler Stein, das ist was wertvolles. Das ist ein Stolperstein. Sagt's euch was? Ey, und was soll ich... Da stehen die Namen, die deportiert wurden. Lernt ihr an euch sowas nicht? Doch, eigentlich schon. Ich glaub, ihr seid nicht dicht da oben. Ey, Mann, ey. Ja, hier ist noch ein bisschen. Warte mal. Warte mal hier noch. Hättest du das früher gewusst? Na, jetzt sieht's doch mal aus. Ja, jetzt sieht's gut aus.